Hallo und herzlich willkommen zurück zu The Division 2. Wir müssen uns immer noch die Fertigkeit organisieren. So, ich habe mich dafür entschieden, dass wir die Drohne nehmen mit den Sprengsätzen. Wir nehmen die Drohne mit dem Schießen. Zack. Vorteile sind Passivboni, die ihren Charakter auf verschiedene Art verbessern können. Vorteile können durch Verwendung der SHD-Technologie erworben werden. Sie können in beliebigerer Reihenfolge freigeschaltet werden. Manche Vorteile haben Verbesserungsstufen. Die niedrigen Stufen der Vorteile müssen vor den höheren Stufen freigeschaltet werden. Die Effekte eines Vorteils werden sofort angewendet. Sobald sie einmal erworben sind, sind sie immer aktiv. Halte X, um sie freizuschalten. Den zweiten Waffenplatz schalten wir jetzt frei. Sehr schön. Dot Wars. Oh, das ist immer eine coole Karte. Die Fertility-Fraktionen in DC haben ihre zentralen Stamperl in Form von Stützpunkten. Sie können die Fraktion schwächen, indem sie Haupteinsätze abschließen und sich so Zugang zu den Stützpunkten verschaffen. Die zivile Miliz kommt aus den Siedlungen. Die Siedlungen sind sicherer Oasen, in denen Zivilisten sich zusammengeschlossen haben, um sich zu unterstützen und sich gegenseitig vor dem Gefahren von DC zu beschützen. Die nächstgelegene ist die Theatersiedlung im Osten der Stadt. Siedlungen stellen eine Reihe von verschiedenen Aktivitäten zur Verfügung. Wie Haupteinsätze nehmen, Einsätze und Projekte besuchen sie die Siedlung, um zu sehen, wo gerade Hilfe benötigt wird. Abgeschlossene Siedlungseinsätze schalten neue Fertigkeiten und Ausrüstungsstücke frei. Außerdem wird die Siedlung ausgebaut und die Operationsbasis erhält neues Personal. Ja, da sollen wir ja wahrscheinlich hin. Neuer Einsatz. Wie... Da können wir jetzt übrigens die reinpacken. Und da... Was wollen wir, das ist... Ist auch nix. Okay. Kommen Sie her, Agent. Das werden Sie sehen wollen. Was denn? Wer hat sich... I don't want this. Die Viertel, die Sie durchqueren, sind Hyänergebiet. Das sind bösartige Arschlöcher, die Wehrlose ausplündern und aus Spaß töten. Was Sie nicht stillen können, zerstören Sie. Sie waren vor allem ein Problem für die Theatersiedlung. Angesichts der Lage brauchen wir die Hilfe der Siedlungen. Aber solange die ums Überleben kämpfen, können sie nicht viel ausrichten. Versuchen Sie also ein wenig Druck von Ihnen zu nehmen. Okay. Aber vergessen Sie nicht, dass wir das Shade-Netzwerk wieder in Schuss bringen müssen. Viele Orts hat nur die Division die Leute zusammengehalten. Aber seit DC Priorität hat, sind die meisten Agents völlig abgeschnitten. Ohne Unterstützung halten Sie nicht lange durch. Okaychen. Wer ist mein Feind? Na los, geh schon rein! Mein Blatt! Cooles Spielzeug. Willst du mir jetzt auch? Okay, cool. Der hat auf jeden Fall schon mal irgendwas gehabt. Ob der es jetzt gut für uns ist oder nicht, das sei mal dahingestellt. Das ist ein Hund. Hallo! Ey, ich wollte dich streicheln! Kappviech. Eintreffende Verstärkungsanforderung. Kontrollpunkt, unbekannter Gegner. Ich sehe noch gar keinen. Angez. Ich sehe schon mal kurz. Nicht wahr, naja! Ich sehe mich an. Entende Zettklinika. Ich sehe mich sehrakh�. Ich sehe mich sehr healthcare. wo ist meine drohne ganze stecken lassen schlampe muss noch wenn wir erstmal alles mit sind aber schon mal mehr jetzt kann er erzählen das sieht echt nice aus ach die lädt sich jetzt wieder auf ok ist das krass mensch was ist denn das für ein virus das ist hier los was für einsätze ja nicht sicher ob wir hier nicht gleich voll in den hinterhalt geraten oder so wir waren zu langsam ja komm halt packen müssen die zweite waffe auch nachladen habe ich nur einen schuss mit der schrubflinte ist ganz cool muss ich sagen natürlich werden wir uns später bzw in der nächsten folge auch die ausrüstung angucken wollen ja natürlich wissen was wir hier alle einsammeln drohne ist wieder bereit supi 0,2 kilometer das sind für mich 200 meter das hier sind noch keine 200 meter das ist so länger wollen die mensch verkackern hier stufe 4 müssen wir wollen ja nicht hin ah hier gibt es los ok 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 wir denken es kommt wieder k vale kollege nutzte schief es geht das ist am win sonst könnten wir da reingehen ja finde ich auch ich muss zurück an die arbeit danke für das ist wirklich ernst das ist nichts erinnerst du dich an die schweinegrippe reine panikmache wirst schon sehen in ein paar monaten weiß niemand mehr was die dollargrippe überhaupt war ich mach doch nur spaß aber ich weiß nicht das fühlt sich nicht so an als würde es einfach verschwinden die leute haben angst und du weißt was passiert wenn die leute angst haben du machst dir zu viele sorgen junge zwingen uns nicht hier weh zu tun vergiss es etwas besser abgegeben alter mann die scheiße kann wir helfen ruft den notarzt wir brauchen hilfe bitte bleibt bei mir ich muss zurück an die arbeit danke für den film mani einfach ausgeraubt unterstochen das ist die theatersiedlung hier hat das ist ja das sagen man sollte versuchen es sich nicht mit ihr zu verschätzen ohne frau finde odessa in der theatersiedlung war sie nicht der letzte agent ist alles strukturiert hier spielt einer gitarre ja ich gehe doch schon agent heißt dass sie hier oben ist war theatersiedlung also bis jetzt ist das spiel schon finde ich richtig cool und atmosphärisch auf jeden fall mich überzeugt bis jetzt schon mehr als der erste teil sieht denn ach da oben mir geht es soweit ganz gut wenn ich wusste wo ich hin muss ach da das theater nächste ausbau schaltet frei anfertigung und in naja all kann irgendwas und das reden ja da wir auch so viel reden wenn sie agent keil zu suchen sie ist gerade raus ich hätte mitgehen sollen aber ich würde sie nur aufhalten ich weiß dass sie ihre eigenen probleme haben aber diese verfluchten erinnerst nach mir mein kleines mädchen um mich zu kriegen wenn sie mir helfen stehe ich in ihrer schuld und ich zahle meine schulden immer ok müssen wir jetzt ein kind befreien das ist schon wieder so eine emotionale aufgabe neuer einsatz hotel washington ich bin im hotel kein hinweis auf eleanor ich treffe vorbereitungen während ich auf den neuen agent warte was für vorbereitungen das übliche halt es geht darum die geisel zu retten nicht das gebäude zu sprengen ich kann mich zurückhalten muss sie ja wohl derweil gucken wir uns jetzt noch ein bisschen die grafik an neuer dienst verkäufer primäres seil zum abseil anbringen sekundäres seil zum abseil anbringen wo hier drüben fortschritt prüfen ok da kann man anscheinend irgendwas tun irgendwie kann man sich da auch abholen und so ein quatsch schon mal ein seil angebracht weiß zwar nicht wo das zweite hin soll hier ist auch ne box naja so wir wollten uns ja mal einmal angucken was wir denn so haben schaden 164 oh hier russst wir doch mal erstmal aus dann haben wir hier die stufe 1 aber die ist immer noch besser als alles andere vorher davon haben wir nur das einen rucksack haben wir auch nur den einen klamotten haben wir auch ah da sehen wir übrigens holster nehmen wir mal das neue holster an drohner drohner ach da sind übrigens klamotten versteckt gefällt mir nicht gefällt mir auch nicht die schuhe sind cool die will ich haben gießen winken ttb haben wir auch nicht ne mütze haben wir auch nicht gut so meine freunde ich würde fast behaupten das wäre es jetzt auch mit der zweiten folge ich weiß auch nicht wo ich dieses zweite seil anbringen soll das müsste ja dann irgendwo auf dieser seite sein du hast was ich brauche ich glaube nicht dass du was hast was ich brauche ok hier wäre der seil nummer 1 seil nummer 2 müsste dann quasi auf der seite primär ist immer das was was schnell weiter bringt ja mach schon mal das tor auf aber ich sehe hier nirgends wo wo ich hier den seil anbringen kann so die mission machen wir auf jeden fall nächste mal ich würde sagen bis dahin euer hunter ciao ciao ich freue mich aufs nächste mal